Herzlich Willkommen zu Tag 7 Deiner Transformation. Mein Name ist Nina Beste und heute richten wir gemeinsam unseren Fokus auf die Aktivierung und Heilung Deiner Chakren. Jedes Chakra steht für eine bestimmte Energie in Deinem Körper und Deinem spirituellen Sein. Indem wir diese Energiezentren reinigen und stärken, können wir unser inneres Gleichgewicht wiederherstellen und uns tief mit unserer Essenz verbinden. Für das heutige Ritual darfst Du Dich auf jedes Deiner sieben Hauptchakren fokussieren und die jeweiligen Affirmationen nutzen, um tiefer in Deine Energiezentren einzutauchen. Schreibe die Affirmationen in Dein Guidebook und spüre intuitiv, was Dir zu jedem Chakra einfällt. Fühle, ob es blockiert ist oder ob bestimmte Emotionen aufkommen. Diese Reflexion kann Dir helfen, bewusst mit den Chakren zu arbeiten und sie zu heilen. Hier sind die Affirmationen für jedes Chakra. Reflektiere nach jeder Affirmation, was Dir in den Sinn kommt. Welche Emotionen tauchen auf? Welche Gedanken begleiten Dich? Halte diese Beobachtungen in Deinem Guidebook fest. Dies hilft Dir, tiefere Einblicke in die aktuellen Zustände Deiner Chakren zu gewinnen und mögliche Blockaden zu erkennen. Wurzelchakra Ich bin sicher, geerdet und voller Vertrauen in das Leben. Spüre in Deinen unteren Bauch und in Dein Becken hinein. Fühlst Du Dich sicher und geerdet? Oder gibt es Ängste oder Unsicherheiten, die Dich belasten? Notiere es in Deinem Guidebook. Du kannst diese Sitzung zu jeder Zeit pausieren und sobald Du reflektiert oder es aufgeschrieben hast, weitermachen. Sakral Chakra Ich erlaube mir, Freude und Kreativität zu erleben. Fokussiere Dich auf den Bereich unter Deinem Bauchnabel. Sind hier Blockaden, die Deine Kreativität und Lebensfreude unterdrücken? Oder fühlst Du Dich frei und fließend? Solaplexus Chakra Ich stehe in meiner Kraft und handle selbstbewusst. Lenke Deine Aufmerksamkeit auf Deinen oberen Bauch. Fühlst Du Dich kraftvoll und selbstbewusst? Oder gibt es Situationen, in denen Du Dich klein oder schwach fühlst? Herz Chakra Ich öffne mein Herz für Liebe zu mir selbst und anderen. Spüre in Deinen Brustbereich. Fühlst Du Dich offen für Liebe oder gibt es emotionale Schmerzen oder alte Verletzungen, die Du noch heilst? Hals Chakra Ich drücke meine Wahrheit klar und liebevoll aus. Richte Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Hals. Gibt es unausgesprochene Worte oder unterdrückende Wahrheiten, die Du teilen möchtest? Stirn Chakra Ich vertraue meiner Intuition und inneren Weisheit. Fühle in den Bereich zwischen Deinen Augenbrauen. Kannst Du Deiner inneren Führung vertrauen oder hast Du Zweifel und Unsicherheiten in Deinen Entscheidungen? Kronenchakra Ich bin verbunden mit der unendlichen Weisheit des Universums. Spüre in den Bereich oberhalb Deines Kopfes. Fühlst Du Dich verbunden mit dem großen Ganzen oder gibt es das Gefühl der Trennung? Lass uns nun meditieren. Setze Dich für diese Meditation bequem hin. Schließe Deine Augen und beginne ruhig zu atmen. Du wirst heute durch eine sanfte Aktivierung und Heilung Deiner Chakren geführt. Atme tief ein und aus. Entspanne Deinen Körper und folge intuitiv der geführten Reise durch Deine Energiezentren. Richte Deine Aufmerksamkeit auf das Wurzelchakra am unteren Ende Deiner Wirbelsäule. Visualisiere ein tiefes, rotes Licht, das dort pulsiert. Mit jedem Atemzug wird dieses Licht stärker und strahlender. Spüre die Sicherheit und Erdung, die es Dir gibt. Entspanne Deine Aufmerksamkeit. Entspanne Deine Aufmerksamkeit. Entspanne Deine Aufmerksamkeit. Wandere nun zum Sakralchakra, knapp unterhalb deines Bauchnabels. Visualisiere ein warmes, orangefarbenes Licht, das sanft aufleuchtet und sich ausdehnt. Spüre, wie deine kreative Energie ins Fließen kommt und alte Blockaden sich lösen. Lenke deinen Fokus zum Solarplexus, oberhalb deines Bauchnabels. Ein strahlendes, gelbes Licht breitet sich dort aus. Spüre deine innere Kraft und dein Selbstbewusstsein, das sich in dir entfaltet. Musik Fühle dein Herzchakra in der Mitte deiner Brust. Ein weiches, grünes Licht erstrahlt und dehnt sich liebevoll aus. Erlaube dir, Liebe zu empfangen und zu geben, sowohl für dich selbst als auch für andere. Erlaube dir, Liebe zu empfangen und zu geben, sowohl für andere. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Hals und stelle dir ein klares, hellblaues Licht vor. Es fließt sanft und öffnet dir den Raum, deine Wahrheit zu sprechen. Spüre, wie deine Stimme kraftvoller und freier wird. Spüre, wie deine Stimme kraftvoller und freier wird. Gehe weiter zum dritten Auge, dem Stirnchakra, dem Bereich zwischen deinen Augenbrauen. Ein tiefes, indigo-blaues Licht leuchtet auf. Spüre die Klarheit und Weisheit, die von diesem Zentrum ausgeht und öffne dich für deine intuitive Führung. Spüre, wie meine Stimme kraftvoller und freier wird. Lenke deine Aufmerksamkeit zuletzt auf den Bereich oberhalb deines Kopfes für dein Kronenchakra. Ein helles, violettes Licht breitet sich aus und verbindet dich mit dem Universum. Spüre die Einheit und die unendliche Weisheit, die dich umgibt. Atme noch einige Momente tief ein und aus, während du die Harmonie und das Gleichgewicht in deinen Chakren spürst. Wenn du bereit bist, kehre sanft ins Hier und Jetzt zurück. Öffne deine Augen und nimm die Ruhe und Klarheit in dir wahr. Beende den Tag mit einer Einschlafmeditation, um die Energien deiner Chakren zu stabilisieren und sanft in den Schlaf zu gleiten. Alle Links findest du in der Beschreibung. Vielen Dank für dein Vertrauen und bis morgen. Namaste, deine Nina Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020